Als wir dieses Projekt gestartet haben, waren wir der kleinste und auch der schlechteste Keeper im Spiel. Jetzt haben wir in dieser Karriere aber schon 5 Jahre gespielt, sind also im Jahr 2027. Und im ersten Spiel müssen wir einfach mal gar nichts tun und gewinnen trotzdem hier den Supercup. Pokalübergabe haben wir aus Versehen jetzt geskippt. Und skippen werden wir auch in der Hinrunde ganz viele Spiele. Aber in den DFB-Pokal gehen wir natürlich hier rein. Und jetzt haben wir hier direkt die erste Aktion und auch die erste Parade der Saison. Am Ende wird es hier ein ganz lockerer 6 zu 0 Sieg. Und eine DFB-Pokalrunde haben wir leider verpasst, da ging es sogar ins Elfmeterschießen. Aber Hauptsache wir sind da noch drinnen. Ja und jetzt wo es um was geht, denkt sich der Trainer, wir spielen einfach mal mit einem 73er-Stürmer. Linke Seite komplett ausgetauscht, Dalot neu auf der Rechtsverteidigerposition. Und natürlich hat sich auch einiges bei Frankfurt getan. Und zum Glück läuft es hier auch in der Offensive richtig gut. Was macht Frankfurt da? 3 zu 0 und jetzt hier nochmal die Parade. Es wird immer besser. Sieg plus natürlich das Upgrade. Zwei Gesamtstärken brauchen wir noch, um den einzuholen. Damit wir da nicht mehr der schlechteste deutsche Torhüter sind. Mal schauen, ob wir damit hier das Achtelfinale der Champions League überleben. Und jetzt gibt es den Schoß von Atletico Madrid und direkt die erste Parade von Neuer. Davor auch nochmal zwei Aktionen, aber wurde wieder verteidigt. Das wird natürlich nie reingeschnitten. Wir wollen nur die Aktionen von Neuer hier haben und jetzt werden wir eine bekommen. Also hoffentlich ist Neuer da richtig gut am Start in dieser Aktion. Aber nein, Joao Felix macht den Elfmeter rein. Und das ist auch der letzte Treffer. 2 zu 1 gewinnen wir das Hinspiel. Gesamtstärke plus Größe haben wir natürlich angepasst. Gehen wir in das Rückspiel rein. Stürmer ist doch noch am Start. Keine Ahnung, warum der in den letzten beiden Spielen nicht gespielt hat. Oh, Atletico Madrid jetzt hier im Strafraum. Der Ball kommt auf Neuer und der hält den Ball. Wichtige Parade hier zum Start des Spiels. Und jetzt kommt direkt die nächste Aktion. Aber zum Glück ist der Verteidiger vorher dran. Jetzt wird es aber das 1 zu 1 oder 1 gegen 1 Duell geben. Das war ein bisschen hektisch. Aber ganz egal. Das Spiel geht 1 zu 1 aus und damit kommen wir natürlich weiter. Okay, und was ist gerade bitte in der Liga los? Also Neuer ist gerade verletzt. An ihm kann es jetzt hier eigentlich nicht liegen. Aber ja, wir müssen wieder richtig zittern um den Champions League Platz. Jetzt in der entscheidenden Phase gibt es eine richtig große Session mit Manuel Neuer. Wir starten auch direkt im Viertelfinale der Champions League gegen Juve. Und jetzt kommt es direkt in der ersten Aktion zu einem Elfmeter. Wir müssen mal wieder einen halten. Blauvic hat aber die richtige Ecke. Also die Elfmeter-Bilanz wirklich nicht gut bei uns. Da haben wir schon so viele Upgrades verpasst. Und diesmal verpasst Blauvic das Tor. Wir kommen nicht ran. Das heißt natürlich keine Parade. Aber natürlich besser als ein Gegentor. Jetzt sehen wir hier direkt den nächsten Elfmeter. Komm schon, den wollen wir diesmal haben. Und wir sehen, dass Blauvic jetzt hier nicht die richtige Ecke hat. Endlich wieder einen Elfmeter gehalten. Nächstes Spiel, nächste Parade und auch der nächste Sieg. Gute Ausgangslage für das Rückspiel. Davor geht es aber erstmal hier ran gegen Mainz 05. Erste Aktion ist ein Eckball, den wir hier direkt fangen. Das heißt natürlich direkt die erste Parade. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Und jetzt sehen wir auch direkt, Adeyemi ist zu Mainz 05 gewechselt. Mal gucken, ob wir den Elfmeter von ihm hier halten können. Und ja, direkt die nächste Parade. Zwei Situationen, zwei Paraden, zwei Upgrades für uns. Ein Ball wurde von den Verteidigern geklärt und das war es auch direkt von dem Spiel. Wir gewinnen 2 zu 0. Damit sind wir jetzt hier im 60er Gesamtstärkenbereich. Und jetzt wollen wir hier natürlich das Halbfinale klar machen. Und das Einzige, was wir tun können, sind hier Paraden zu machen. Aber in der Situation hatten wir keine Chance gegen Blauvic. Den haben wir sehr spät gesehen. Aber am Ende ist es hier kein Problem. Bayern schießt sogar noch zwei Tore. Das heißt, das nächste Halbfinale in der Champions League für uns. Und Gegner ist da einfach mal Benfica, aber davor gibt es natürlich noch drei Spiele. Das erste hier gegen Dortmund in der Bundesliga. Da wollen wir uns natürlich wieder ein Upgrade holen und natürlich auch drei wichtige Punkte. Dortmund hat hier mit Ödegard einen neuen Kapitän. Mal schauen, ob wir einen Ball von ihm halten werden. Oh, und jetzt Dortmund hier direkt vor dem Tor. Ich sehe den Spieler spät. Und Isaac hier direkt mit dem 1 zu 0. Und jetzt kommt es zum Duell gegen den neuen Kapitän, gegen Ödegard. Wollen wir den Elfmeter halten und den halten wir hier mit dem Fuß. Aber er köpft ihn hier rein. Ich würde aber sagen, es zählt trotzdem als Parade. Und es gibt direkt den nächsten Elfenmeter. Komm, diesmal gehen wir in die andere Ecke. Und Ödegard nimmt uns jetzt komplett hops. Lupft ihn hier in die Mitte als Taubert. Immer ein richtig schlechtes Gefühl. Und jetzt hier der nächste Ball. Und der nächste Ball, der hier drin ist. Dortmund führt einfach mal 4 zu 0. Ja, da bringen natürlich die zwei Tore, die wir machen, auch nichts mehr. Ganz bittere Niederlage. Ja, und das Upgrade ist wirklich ein Mitleids-Upgrade. Und eine Niederlage können wir uns hier gegen Werder aber nicht erlauben, wenn wir ins DFB-Pokalfinale wollen. Und er sieht hier auch sehr, sehr gut aus mit dem nächsten DFB-Pokalfinale. Und jetzt ist offiziell 3 zu 0 Sieg, auch wenn wir hier keine Parade hatten. Heißt das, im Mai können wir was gewinnen. Im Finale wartet da Borussia Dortmund auf uns. Ja, die Liga ist wie immer. Wir versuchen uns irgendwie noch in die Champions League hier zu retten. Aber das sieht momentan überhaupt nicht gut aus. Wenn wir das Ding verlieren, dann ist es vorbei. Aber in der letzten Saison haben wir natürlich auch schon gesehen, wie gut Leverkusen ist. Und gegen Leverkusen haben wir bis jetzt auch den größten Fehler in unserer Karriere gemacht. Jetzt kommt es zum Duell gegen Saka am Elfmeterpunkt. Und wir gewinnen dieses Duell, holen uns das nächste Upgrade. Und das war's vom Spiel. Wir gewinnen, holen drei wichtige Punkte in der Bundesliga. Und natürlich auch hier das nächste Upgrade. Und jetzt geht's hier rein ins Champions League-Halfinale gegen Benfica. Wenn man die Mannschaften vergleicht, dann müssen wir hier einfach ins Finale einziehen. Aber die erste gefährliche Aktion hat wahrscheinlich Benfica. Diego Carlos ist da. Ja, und auf uns kommt hier einfach gar nichts zu. Aber wir gewinnen das Spiel mit 1 zu 0. Und jetzt haben wir hier das letzte Spiel am April. Natürlich auch hier ein Pflichtsieg für uns. Und Werder jetzt hier fast alleine vor dem Tor. Und jetzt sehen wir hier direkt den Elfmeter. Und wir sehen, dass wir die falsche Ecke haben. Aber nicht schlimm. Wir gewinnen trotzdem hier mit 4 zu 1. Und ich hätte nichts dagegen, wenn das nächste Spiel hier auch so läuft. Und ja, das war's. Für uns gibt es keine Szenen. Aber für uns gibt es hier das nächste Champions League-Finale. Das dritte in Folge. Und das müssen wir auch gewinnen. Denn ich glaube, durch die Liga werden wir uns hier nicht qualifizieren. Um dann natürlich in der nächsten Saison auch wieder Champions League zu spielen. Und ich meine, wir sind im Jahr 2028. Haben bis jetzt kein einziges Mal die Meisterschaft geholt. Und ich meine, in dieser Saison, in der kompletten Hinrunde, hat Ederson gespielt. Also es lag jetzt nicht an der Gesamtstärke von Manuel Neuer, der hier wieder die falsche Ecke hat. Aber vielleicht läuft es jetzt besser mit dem nächsten Elfmeter. Ja, jetzt haben wir die richtige Ecke. Das ist gleichzeitig auch die letzte Aktion. Wir haben also jetzt sozusagen drei Finals. Starten wir direkt mit dem in der Bundesliga. So, ganz klare Sache. Wir müssen gewinnen. Gladbach muss verlieren. Und ganz nebenbei wollen wir natürlich auch die nächsten Upgrades holen. Bis jetzt haben wir uns zehn Upgrade-Punkte in dieser Saison geholt. Eine Minute hier gespielt. Wolfsburg jetzt hier mit dem Freistoß. Ja, die haben uns jetzt ordentlich hops genommen. Und jetzt wird der Ball auch noch zur Seite gelegt. Damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und hier gibt es direkt den nächsten Elfmeter. Und da sind wir leider wieder in der falschen Ecke. Ich weiß nicht, ob man genau auf den Kopf gucken kann. Ich versuche das Ganze jetzt mal. Ja, irgendwie funktioniert es nicht. Zumindest bei mir nicht. Es ist aber auch gerade 1 Uhr nachts. Vielleicht liegt es auch daran, eigentlich auch nicht die perfekte Uhrzeit, um jetzt hier eine Torhüter-Spielerkarriere zu spielen. Denn dafür braucht man eigentlich mehr Konzentration. Und wir verlieren das Spiel hier gegen Wolfsburg. Ja, das heißt, wir müssen die Champions League gewinnen, um nächstes Jahr auch wieder Champions League zu spielen. So sieht es am Ende in der Liga aus. Und gegen den neuen deutschen Meister spielen wir jetzt das DFB-Pokal-Finale. Wie im Jahr davor spielen wir also hier beide Finals. Und wir starten direkt mit einem Elfmeter hier in den DFB-Pokal rein, Ödegard. Macht den Ball auch rein. Ein guter Start. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass vorne getroffen wird und dass wir natürlich alle restlichen Bälle hier noch halten. Ja, Ufa Meccano hier einfach mal mit im Tackling. Okay, und der Freistoß ist jetzt wirklich sehr undankbar. Wir sehen den Spieler hier kaum, aber das ist eine lockere Parade für uns. Und wir sehen, es ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Wir sind in der 119. Minute. Bayern führt 3 zu 1. Und aber jetzt hier nochmal vielleicht mit dem Schuss. Ja, wir kommen ran, aber der Ball ist leider im Tor. Aber hoffentlich ist das jetzt aber die letzte Aktion des Spiels. Und ja, es war die letzte Aktion. Das heißt natürlich, wir gewinnen dieses Spiel. Und das Ganze ist natürlich nicht nur ein Sieg, sondern natürlich auch ein Titel für uns. Und jetzt haben wir hier auch das erste Mal, dass wir als Kapitän den Pokal in die Luft strecken. Und das Ganze wollen wir natürlich jetzt noch mit einem ganz anderen Pokal machen. Und jetzt geht es natürlich hier ran gegen Ember P&Co. Zum Beispiel auch Kimmich, der dahin gewechselt ist. Es steht also schon mal fest, ein deutscher Spieler wird den Champions-League-Pokal hier in die Luft strecken. Ein Jahr ist es her, als wir den schlimmsten Fehler der Karriere hier gemacht haben. Diesmal wollen wir das Ganze hier besser machen gegen Ember P, aber gar nicht so einfach. So, da kommt der Ball auf Ember P. Und wir sehen, der spielt ihn rüber. Und wir stehen nicht gut. Wahrscheinlich wollte ich den Fehler, den ich letztes Jahr im Champions-League-Finale gemacht habe, hier nicht machen und unbedingt die kurze Ecke zumachen. Aber dann bin ich viel zu weit da hingegangen. Und damit mache ich natürlich wieder einen riesigen Fehler im Champions-League-Finale. Okay, direkt die nächste Aktion von Paris. Bayern immer noch nicht mit dem Treffer. Es sieht also überhaupt nicht gut aus für uns und das war's. Mit dem Spiel, aber ich glaube, es geht in die Verlängerung. Oder sogar hier ins Elfmeter schießen im Champions-League-Finale. Okay, wir hatten schon lange kein Elfmeterschießen mehr. Das ist natürlich mit dem Torwart das Beste, was man hier bekommen kann. Mbappé direkt mit dem Fehlschuss. Neuer hält den Ball. Jetzt kommt er, jetzt muss der Ball hier reingehen. Der Ball geht rein. Perfekter Start hier ins Elfmeterschießen. Und jetzt gucken wir uns den zweiten Schützen an. Aber den Ball, den können wir hier leider nicht halten. Aber trotzdem den Ball von Mbappé gehalten. Auch der zweite Schuss von Bayern geht hier rein. Und jetzt die Nummer 10. Auch den Ball können wir halten. Direkt zwei Paraden für uns dazu. Im Elfmeterschießen kann man natürlich ordentlich sammeln. Wenn wir den halten, dann ist es vorbei. Und ich hoffe, nach diesem Elfmeter ist es vorbei. Wir müssen nur noch einmal treffen. Aber das machen wir nicht. Aber ganz egal. Einmal den Ball halten und dann sind wir Champions-League-Sieger. Nein! Und Alphonso Davies, der schießt uns jetzt hier zum Champions-League-Titel. Was für ein Drama. Erst machen wir den ganz großen Fehler und dann halten wir zwei Elfmeter im Elfmeterschießen. Vorletztes Jahr haben wir die Trophäe geholt. Und jetzt holen wir uns die wieder zurück. Manuel Neuer mit dem Champions-League-Pokal. Das Ganze ist einfach eine ganz, ganz besondere Spielerkarriere. Und die Reise ist natürlich noch nicht vorbei. Wir haben noch einiges zu tun bis zur 99er-Gesamtstärke.